Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video für www.bluetooth-lauchssprecher-infos.de Heute werde ich etwas machen, was ich schon länger vorhatte und zwar werde ich mal einen Bluetooth-Lautsprecher auseinandernehmen und dafür habe ich mir ja einen besorgt, der natürlich kaputt ist, weil einen neuen auseinandernehmen, das bringt erst nichts, außerdem schrotte ich den dann quasi, verliere die Garantie, deswegen mache ich das natürlich mit einem kaputten und zwar habe ich mir hier einen besorgt, den kriegt man natürlich günstig, wenn der kaputt ist, das ist klar und ja, das ist auf jeden Fall hier das Modell, der Exxon M und bei dem geht auf einer Seite der Lautsprecher nicht, der da hinten dran ist Jetzt ist die Frage, wie nimmt man das auseinander, wie geht man das an, das werde ich in diesem Video besprechen mit euch Hier gibt es zum Beispiel Schrauben an der Seite, die Schraube werde ich abschrauben und mal schauen, was da geht, auch hier hinten Allerdings ist es so, bei vielen Modellen, es gibt hier keine Klappe, wie man irgendwie an den Akku kommen könnte Das gibt es auch bei JBL nicht und bei vielen anderen UE-Boom oder anderen Marken Das einzige Mal, wo ich das jemals gesehen habe, war beim Marshall Killburn 1, beim 2er war die Klappe und der austauschbare, also leicht austauschbare Akku über die Klappe, aber auch schon wieder weg Wenn ihr also Akkus bei solchen Bluetooth-Lautsprechern hier wechseln möchtet, dann muss man immer nach einem gewissen Schema vorgehen Das werde ich jetzt erkunden, ich vermute nämlich, dass hier auch einiges geklebt ist Das ist bei vielen Modellen so, die mit diesem Stoff hier so sind Worauf muss man achten, wie kann man das Ganze herausfinden Darum soll es jetzt eben auf jeden Fall in diesem Video gehen und da werde ich euch jetzt meine Erfahrungen, alles wie immer dokumentieren Dazu wird es noch einen Testartikel geben, in dem werde ich dann auch nochmal alles zusammenfassen Das war jetzt hier das Intro und jetzt geht es hier direkt los Das werde ich hier probieren, was ich wie wo abschrauben muss und was hier so geht, los geht's Zuvor sei gesagt, dass ich in diesem Video mehr als nötig abschrauben und entfernen werde Das ist deswegen so, da ich vorher nicht wusste, wie genau der Lautsprecher zu öffnen ist Ich zeige euch so aber auch eine logische Vorgehensweise, die man generell auch bei anderen Modellen dann nutzen kann Nicht nur bei diesem hier Zuerst entferne ich immer alle sichtbaren Schrauben Ich beginne damit hier die Lampe an der linken Außenseite zu entfernen Hier gibt es vier Schrauben, die ich nach und nach entfernt habe Darunter befindet sich dann nochmal eine Schutzabdeckung, welche von vier Schrauben gehalten wird Wir sehen darunter jetzt die Lampe, welche wir leichter rausziehen können Sie wird jedoch noch von einem Stecker im Inneren gehalten Diesen Stecker habe ich mit einem Schraubenzieher vorsichtig gelöst Und jetzt kann ich die Lampe abnehmen Der Zugang hier bringt uns aber immer noch nicht viel, denn wir kommen hier immer noch nicht an den Akku oder die Innereien heran Als nächstes widmen wir uns also der anderen Seite Auch hier gibt es wieder vier Schrauben, welche die Metallplatte halten Diese entfernen wir alle Jetzt können wir die Metallteile abnehmen Das mittlere Teil, der Verschluss, muss allerdings hindurchgeführt werden, denn dieser ist mit dem Gehäuse verbunden Ich habe jetzt hier noch vier weitere Schrauben gefunden und gelöst In dem Fall aber auch unnötig, hier kommen wir auch nicht weiter Es könnte immer möglich sein, dass Schrauben sich unter Gummifüßen, Aufklebern oder Abdeckungen befinden Also habe ich hier den Gummifuß entfernt Als Werkzeug eignen sich hier Kunststoffspachtel, da diese das Gehäuse nicht verkratzen Der Fuß ist verklebt und wie wir jetzt leider sehen können, befindet sich in diesem Fall darunter keine Schraube bzw. sind keine Schrauben Weiter geht es also Es gibt jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit Das ist die Ummantelung und diese kann geklebt oder verklebt sein Verklebt ist natürlich sehr schlecht, in diesem Fall ist es aber geklebt Damit machen wir jetzt weiter Ich habe deswegen Ansatzstellen gesucht Auf der Unterseite ist die Ummantelung durchgängig, also bleiben als Ansatzpunkte nur noch die Spalten im Übergang zum Kunststoff übrig Ich bin jetzt hingegangen und habe hier vorsichtig mit Druck mehrere Plastikspartel eingeführt Dabei merke ich dann natürlich, dass das Ganze nachgibt, also sind wir hier schon mal richtig Alternativ gehen auch andere einigermaßen stabile Plastikstücke, zum Beispiel Gitarrenpleck drin Schraubenzieher empfehle ich hier nicht, da ihr damit das Gehäuse verkratzen könnt Also am besten nur im Notfall Schraubenzieher nutzen, wegen der Verkratzungsgefahr Die gehen natürlich auch, aber wie gesagt, ihr wollt euer Gehäuse nicht verkratzen Nachdem ich also mehrere dieser Plastikspachtel in den Schlitz gedrückt habe, bin ich mit einem weiteren breiten Spachtel tiefer in den Schlitz und habe gehebelt Ich habe dabei gespürt, an welchen Stellen sich die Clips befinden Hier hebeln wir Stück für Stück und mit Gefühl alles heraus Die Clips lösen sich nach und nach Anschließend können wir die Ummantelung nach vorne einfach herunterklappen Das gleiche Prozedere wird an der anderen Seite auch durchgeführt Im nächsten Schritt habe ich die beiden Lautsprecher einmal herausgeschraubt, was für den Akkutausch aber nicht nötig ist Die Treiber bzw. Lautsprecher seht ihr hier im Bild Die Kabel sind verlötet und im Inneren dann aber mit einem Stecker auf der Platine befestigt, was wir dann später noch sehen werden Hier kommen wir also auch nicht weiter bzw. wir kommen hier nicht ins Innere des Gehäuses, da wollen wir ja hin Was jetzt noch übrig bleibt, ist der Boden Wir wissen, dass hier Clips sollen nicht werden, das haben wir bereits gesehen auf den Außenseiten Und da das an einem Stück ist, sind da logischerweise dann auch Clips unten Also nehmen wir hier auch wieder den stabilen breiten Plastikspatel zur Hand und hebeln hier die Clips mit Gefühl heraus Danach können wir die Ummantelung komplett entfernen Am Boden sehen wir jetzt neben den Löchern für die Clips auch 8 Schraubenlöcher Diese 8 Schrauben entfernen wir nun Stück für Stück Im Anschluss können wir den Boden abnehmen und darunter sehen wir die Elektrik Jetzt ist der Akku und andere Elemente problemlos erreichbar In der Mitte befindet sich der Akku, wir sehen die Platine und auch die Steckverbindung Wie ich bereits erwähnt hatte, ging ein Lautsprecher nicht, bislang da kam kein Ton Der war aber nicht kaputt, sondern der Stecker hatte nur einen Wackelkontakt Ich habe ihn abgezogen, Kontakte gereinigt und alles läuft wieder tipptopp Jetzt kommen wir aber noch zu einem kurzen Kommentar von mir Während ich den Lautsprecher eben hier offen habe, werde ich da etwas zu sagen So, hier seht ihr jetzt die Unterseite und ich habe hier mehr Teile abgeschraubt als nötig sind Aber ich wusste vorher auch noch nicht genau, wie ich das Ganze auseinander nehmen muss Und das Wichtige ist quasi der Deckel unten Dazu muss man dieses, das habe ich bereits gezeigt, ich ziehe das mal kurz in den Hintergrund hier Diese Ummantelung quasi ablösen Dann kann man hier den Deckel abschrauben, den Fußdeckel und dann kommt man hier quasi schon an die Innerein Das heißt, die Seitenteile muss man nicht abschrauben Habe ich aber gemacht, ja, ihr habt da gesehen, wie das geht Da kommt man eben auch ran, aber wie gesagt, das ist nicht nötig Hier seht ihr den Akku, den kann ich jetzt hier rausnehmen, wenn ich den wechseln wollte Und ihr seht auch, dass das Ganze hier mit solchen Steckverbindungen verbunden ist Das heißt hier, das heißt, es ist nicht verlötet Das bedeutet, ihr könntet den Akku hier abstecken, wenn ihr dieses Silikon hier entfernt Denn die ganzen Steckverbindungen sind so ein bisschen mit so, das ist so eine Art Silikon Ich vermute, es ist weißes Silikon Damit ist das eben befestigt, dass sich die Stecker nicht lösen können Und dann könnte ich den Akku hier entfernen, ein neues Paket quasi kaufen In dem Fall sind hier zwei 2500 mAh Akkus verbaut Und das ist auch vom Hersteller so angegeben Da könnte ich so ein Pack nehmen, könnte das eben hier entfernen Und mir ein weiteres Pack mit so einem Stecker besorgen Könnte ich das dann quasi austauschen Wenn es der Fall sein sollte, dass ihr kein solches Ersatzpack finden solltet Dann müsst ihr schauen, ihr könnt das Ganze hier entfernen Und könnt schauen quasi, wie das Ganze hier verlötet ist Wenn ihr also kein so Pack finden solltet, dann müsstet ihr das löten Dann müsst ihr hier dieses Zeug hier entfernen Das mache ich gerade mal kurz Da kann man dann reinschauen in den Akku Und da gehen eben hier die Kabel rein Die sind darunter verlötet Das heißt, man müsste sich solche Batterien, äh solche Akkus besorgen Und müsste das dann selber nochmal an die Akkus dran löten Das wird für den einen oder anderen wieder ein bisschen schwerer Das heißt, wie gesagt, am besten schaut ihr, ob ihr dann, wenn ihr Akkus tauschen wollt Solche Akku-Packs bekommt Bei Herstellern wie JBL oder Bose kriegt man die zum Beispiel auf Ebay Bei anderen muss man dann schauen Dass man dann kompatibles Akku-Pack samt Stecker kaufen kann Wenn nicht, muss man es löten Damit müsst ihr eben rechnen Das erwähne ich deswegen hier Falls ihr eben kein so passendes Pack mit Stecker findet Ihr seht hier im Inneren auch die ganze Elektrik Also hier ist die Platine mit den Kondensatoren Den ganzen Steckverbindungen Und den elektronischen Bauteilen Wenn so eine Platine kaputt ist Dann müsstet ihr die prüfen Bräuchtet ihr da Prüfgeräte für? Müsstet alles durchmessen Müsstet auch genau wissen, wie ihr das messen müsst Also das ist extrem schwer, sage ich jetzt mal Vor allen Dingen ohne Schaltpläne Selbst wenn ihr Elektriker seid Mittlerweile heutzutage gibt es selten Ich kenne jemanden, der arbeitet in diesem Bereich Die messen da quasi kaum noch was durch Sondern die wechseln die Platinen aus Also die gehen nicht hin, nehmen die Platinen Und tun bei einer 5-Euro-Platine da jetzt stundenlang rummessen Das machen selbst die nicht mehr Ist heute leider so Das heißt die Platinen, wenn ihr Platinen bei Modellen kaputt habt Die nicht so bekannt sind Die kriegt ihr vielleicht auch nicht einzeln zu kaufen Das muss man schauen, das habe ich selber noch nicht researched Da kann man dann allerdings hingehen Ein kaputtes Modell zum Beispiel kaufen Und die austauschen Das wäre dann eine Möglichkeit Auf Ebay gibt es immer wieder kaputte Lautsprecher Da kann man dann quasi die Dinger als Ersatzteillager benutzen Wir sehen hier die Treiber außerdem Die sind hier verlötet Das seht ihr hier Links und rechts, das sind die Treiber Und diesen Akku Den stecke ich jetzt gerade mal wieder Grob hier rein Dass ich das Ganze drehen kann Was wir nämlich auf der Rückseite auch noch sehen Hier, das sind die passiven Radiatoren Davon erzähle ich ja immer Und die sind eben für die tiefen Frequenzen zuständig Beziehungsweise man kann damit noch tiefe Frequenzen Bei so einem kleinen Gehäuse herausholen Da werde ich aber ein separates Video zu machen Wo ich diese Technik mal ein bisschen erkläre Was das soll, wie das funktioniert Und ich drehe jetzt hier nochmal alles Hier vorne seht ihr die Treiber Da müsst ihr aufpassen Ihr dürft auf keinen Fall diese Membran hier verletzen Oder hier irgendwas eindrücken Auch wenn es den einen oder anderen reizt mag Diesen Knopf hier zu drücken Nein, macht das nicht Sonst ist der Lautsprecher auch defekt Die könnte man auch austauschen Habe ich hier rausgeschraubt Man kann die also hier tauschen, wenn man möchte Aber man müsste die auslöten in dem Fall Die sind öfter mal verlötet Natürlich müsst ihr dann auch diese Speaker Genau diese Treiber eben auch bekommen Das heißt, wenn ihr einen Lautsprecher reparieren möchtet Schaut vorher, ob ihr die Ersatzteile halt vielleicht auch Bekommen könnt überhaupt Ansonsten lohnt es sich gar nicht Hier große Arbeit reinzustecken So viel als Info halt vorweg Weil wie gesagt, wenn der Treiber hier wirklich im Eimer ist Den repariert ihr nicht selber Den baut ihr nicht aus und repariert da irgendwas Ihr könntet den auslöten und tauschen Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit Das gleiche gilt eben, wie gesagt, auch für den Akku Wenn die Platine kaputt ist oder Platinen Müsste man die komplett tauschen LEDs oder so kann man auslöten Wenn man eben löten kann Ihr müsst halt wissen, ob ihr Lötkolben habt Dementsprechend Feinlötkolben und das auch könnt Ich habe das schon mal gemacht Bei einer Rocket-Tastatur Da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal Wie ich da die LEDs ausgetauscht und repariert habe Das hat sehr gut funktioniert Okay, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal hier das Innere gesehen Man wisst jetzt so Bescheid, wie das grob funktioniert Wenn man einen Bluetooth-Lautsprecher demontieren möchte Das heißt, am besten entfernt man erstmal alle Teile Wo man Schrauben sieht und solche Verdeckungen Deswegen habe ich auch das Fußteil abgemacht Weil da hätten Schrauben drunter sein können Das wusste ich vorher nicht Das war dann im Endeffekt nicht so Die Schrauben waren dann quasi außenrum Aber dazu musste ich eben, wie gesagt Erst dieses große Teil, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht Was da quasi drumrum gehört hier Also mit diesen Clips Drumrum geklippt war hier um das ganze Gehäuse Das musste ich zuerst entfernen Und ihr seht, hier sind solche Plastik-Clips Also bei vielen Modellen heutzutage Eigentlich bei allen Modellen Ist das alles irgendwie über Clips gelöst Die man eben entfernen muss Da kann man einen Schraubenzieher nehmen Aber mit Schraubenzieher verletzt man natürlich öfter was Empfehlen Sie aber, das sind da eventuell solche Plastik-Werkzeuge Die habe ich mal aufgehoben Die waren mal irgendwo bei einem Ich glaube bei einem Akkuwechsel von einem Handy oder einem iPod dabei Und die gehen aber auch relativ schnell kaputt Wenn man stark hebelt Oder solche Spachtel Was ihr natürlich auch machen könnt Ist, ihr könnt zum Beispiel so einen Kuchenspachtel nehmen Den es in der Küche gibt Ich weiß nicht, ihr wisst wahrscheinlich Was ich meine, wenn der eine oder andere von euch schon mal gebacken hat Allerdings nehmt ihr lieber einen alten Kuchenspachtel Sonst ist der andere nämlich dann eventuell nachher kaputt Ihr seht nämlich schon Das beansprucht schon das Material Etwas beim Hebeln Aber damit verkratzt man dann nichts Und kann diese ganzen Gehäuse besser öffnen Das empfehle ich euch Also wenn ihr so einen Lautsprecher öffnen möchtet Geht da auch immer vorsichtig vor Ich meine kaputt ist das sowieso Mehr kaputt machen könnt ihr nicht Im Endeffekt Aber wenn man ihn reparieren will Möchte man nicht das ganze Gehäuse verkratzen Deswegen öffnet das Ganze vorsichtig Und dann könnt ihr eben hingehen Und hier dann zum Beispiel den Akku tauschen In den meisten Fällen ist es nämlich so Dass der Akku irgendwie zu schlapp oder kaputt ist Das würde ich mal sagen Sind 90% aller Defekte Es gibt natürlich auch noch solche Defekte wie Wasserschäden Wobei wenn da Wasser eindringt Und es hier Kurzschlüsse auf der Platine gibt Oder sonst wo Da kann dann viel kaputt sein Die Fehlersuche dabei Das ist wirklich übel Glaubt mir das Aber wie gesagt Wenn ihr einen Akku tauschen wollt Das sind 80-90% aller Fälle eben der Fall Dass die eben alt sind oder kaputt Das kann man jetzt hier so machen Ich habe euch jetzt mal grob die Theorie erklärt Wie öffnet man eigentlich so einen Lautsprecher Weil es gibt hunderte Es gibt tausende Modelle Ich kann da nicht zu jedem Modell ein Video machen Es gibt zum Beispiel für JBL Gibt es einige Anleitungen Weil JBL ist halt bekannt Und beliebt Da gibt es dann zum Beispiel einige Videos auf YouTube Aber wie gesagt Verlasst euch da nicht drauf Ihr wisst jetzt auf jeden Fall von der Theorie her Wie das funktioniert Wie man das angeht Wenn man so einen Lautsprecher öffnen möchte Das heißt mit Verstand Mit Sinn und Verstand Man schaut wo muss man hebeln Wo befinden sich diese Clips eventuell Erstmal alle Schrauben entfernen Und dann öffnet man das Ding hier nach und nach In meinem Fall habe ich halt ein bisschen zu viel abgeschraubt Aber lieber ein bisschen zu viel abgeschraubt als irgendwas kaputt gehebelt Das war jetzt auf jeden Fall einfach mal so ein Video Wie man das Ganze hier öffnet und wie man den Akku tauschen könnte Wie das hier hinten drin aussieht Was man hier eben tauschen könnte und machen könnte Wenn man das eben machen möchte Wie gesagt Wenn man den Akku wie gesagt Hier wird viel gesteckt Den Akku könnte man hier stecken Wie man den nachkaufen kann Bei vielen Modellen kann es auch sein Dass es verlötet ist Dann müsst ihr unbedingt löten können Aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid Was da auf euch zukommt Wenn ihr so einen Lautsprecher öffnen wollt Womit ihr rechnen müsst Worauf ihr allgemein achten müsst Mit welcher Logik solche Gehäuse zusammengebaut sind Wie man diese auseinandernehmen kann Und ich hoffe auf jeden Fall Euch hilft dieses generelle Video weiter Wenn ihr mal bei euch einen Lautsprecher öffnen möchtet Und reparieren wollt Beziehungsweise den Akku tauschen möchtet Es wird noch ein weiteres Video geben Wo ich euch einmal diese passiven Radiatoren Hier hinten erklären werde Und auch demonstrieren Wie das Ganze funktioniert Was da der Sinn von ist Wofür sind die eigentlich da Und da wird es noch ein separates Video geben Wenn das interessiert Der kann da auf jeden Fall auch nochmal reinschauen Das wird auch wie immer auf meinem Kanal Dann veröffentlicht Ihr wisst jetzt auf jeden Fall hier Bescheid Was hier so häufig zukommt Was ihr euch da für Gedanken machen müsst Was da machbar ist Wie das so aussieht Womit man rechnen muss bei einer Reparatur Ich hoffe Zu guter Letzt müssen wir alles wieder zusammenbauen Und im Endeffekt das bereits Gezeigte Einfach rückwärts ausführen Das werde ich aber nun im Schnelldurchlauf zeigen Auf der Seite wo die Lampe war Befand sich noch ein Dichtungsgummi Welchen wir natürlich wieder einlegen müssen Die Umwandlung wird am besten Erst am Fuß befestigt und fest gedrückt Bis wir die Clips mit einem Klick einrasten hören Jetzt werden die Saatenteile nach oben geklappt Und auch hier drücken wir die Clips wieder in Position Bis diese einrasten Der Fuß welchen ich unnötigerweise entfernt hatte Muss wieder mit etwas Paddickskleber festgeklebt werden Das war es dann auch schon Und der Lautsprecher funktioniert wieder einwandfrei Das war ein weiteres Do-it-yourself Video von mir Und ich hoffe es hilft dir weiter Falls du einmal einen Bluetooth-Lautsprecher öffnen willst Ich habe das Ganze so ein bisschen ausführlicher gemacht Damit du die generelle Logik quasi verstehst Und das auch auf andere Lautsprecher dann anwenden kannst Weil es hat nicht jeder natürlich dieses Modell hier Generell gilt eben Sichtbare Schrauben entfernen Geht dann immer noch nichts auf Dann suchen wir nach Clips Und anderen Bereichen wo sich etwas bewegt Das heißt zum Beispiel irgendwelche Schlitze Wo wir eventuell reinkommen könnten und hebeln Dabei gehen wir natürlich immer vorsichtig vor Und das habe ich ja hier alles gezeigt Wie ich das gemacht habe So bzw. was da so die allgemeine Logik ist Den Link zum Artikel und weitere Infos Findest du unter dem Video Das war es auf jeden Fall von mir Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video Das war es auf jeden Fall von mir